innen den schatz in der müll halte der ihre wurzburg sie zeigt dass sie nichts drunter da sie zeigt dass sie nichts drunter trägt will denn so was ziehen ich bin aber noch weiter oben lass uns doch mal zu das fragezeichen geben was hier ist bei mir direkt ist hier ein reklang da drüben das könnten wir machen da müssen nur bausteine finden was meinst du meinst du dir die allerdings muss nein reklam ach so okay dann muss man nicht hast du dir schon die haben ist auch denn da oben hast du dich schon die handschuhe geholt ich dir da reingelegt habe ich bin jetzt gerade die quest für du gesagt dass ich solle quest gucken okay madame ich mag den boden sehr gerne was wollte ich gerade machen ach ja schön vorgebeugt beim danke sagen dass man drunter schauen konnte aber weit runter wenn man sonst nichts zu bieten hat dann komme ich jetzt mal die schule hier genau die habe ich da in unserer haupt bis gerade warten dass der ziege weiter komisch so der ziege dann weiter gebrannt ist dann kann ich weiter bauen jetzt habe ich erst mal den boden wenigstens also ein teil vom boden hallo und dann schauen wir doch ein kleines fragezeichen ja ja bis aber jenen also es müsste hier sein wo ich sogar hingucke gerade da oder der turm der leuchtet ja die gehen aber relativ gut weg zu machen warte los ich lese aber hier standort und Ah! Standort unten... Wir müssen noch ne... Ist aber noch hier... Hm... Ist frei... Wegen wo unten rein? Standort unten? Ich weiß gar nicht, ob du so viel Geld damit verdient mussten. Bots donaten nicht. Oder suben nicht. Vielleicht hier unten... Guck mal hier unten irgendwo rein? Hm... Ach, hier unten ne Pflanze auf jeden Fall. Ich guck mal runter. Aber erstmal... Oh, das ist so ein komischchen. Hut auf. Aua! Hast du ein Geräusch? Ach, du kriegst Damage! Lö! Alles gut? Aber hier geht's nicht rein anscheinend. Hm... Irgendwo dort... Ich seh übel... Krasse Damagezahlen bei dir. Hä? Gut. Ha! Doch, oder? Ah, hier ist ne Hütte. Kommen sie runter. Okay, Moment. Ich seh nur die ganze Damagezahlen bei dir. Hier zahlen und Damagezahlen. Hier zahlen und Damagezahlen. Bin da. Mhm, 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 mhm. Ich brauch Holz. Ich brauch ganz viel Holz. Feuerball 2 beim Alchemist. Rezept freigeschaltet. Nein, ich hab glaub gern Steingift. Ah, okay. Ist das hier unser Leucht... Das ist unser Leuchtdings, ne? Guck ich nicht. Ja, doch. Das ist unser Leuchtsteinstaub. Ja, Leuchtbewuchs. Sehr gut. Sehr schön. Ich mach Leuchtbewuchs. Ah, jetzt kommt der erste Stein raus. Ja, irgendwo im Jasma. Hier ist im Jasma, ja. Okay. Okay, mhm. Oh. Oh, ich hab Azur, äh... Ach, das, die hab ich gefunden. Die hab ich in Unrezept letztens gesehen. Azur-Rusula-Sitzling. Cool. Hier ist ne Menge. Wölfe. Wölfe, ja. Sind alle derselben Meinung, aber das ist auch kein letzter Tenne hier. So, komm her. Komm. Hier ist dann dahinter, oder? Mach noch doch, Lucy. Oh, hier ist ne Menge Leuchtdings, ne? Geht's halt überall lang, ne? Ja. Hier geht's... Hier geht's... Hier geht's sehr weit runter torschen. Hier sind auch so Haken, wo man runter kann. Äh, hoch kann. Hier kann man auch... Hier könnte man auch runter springen. Ja, ich sag ja, das ist, äh... Ah, hier könnte man... Ja, da ist sogar ne Kiste. Ich hab halt einen Osteramerikaner bekommen. Also Amerikaner, das kennst du ja das Gebäck, ne? Und das als Osterhasen-Gesicht. Hab's heute bekommen. Weil ich ganz nett viel Geld beim Einkaufen ausgegeben habe. Hä? Willst du das alles mitnehmen hier? Ja, du willst doch immer Leuchti, Leuchti bauen hier. Ich würd gern so grünes Leuchten auch haben. Dann mach es an. Aber denk dran, wenn du das auf dem Bildschirm machst, geht's nie wieder weg. Ach so, so wie der eine, der irgendwie ein Kreuz auf seinem Bildschirm gemalt hat, um besser aimen zu können. Statt einfach fahren und kurz einzuschalten. Mhm. Ich hab hier ganz nett, aber irgendwie mag ich normale Fackel und so mehr. Deswegen setze ich die nur ganz dezent ein. Die Blöcke. Wir müssen uns in den Häusern stehlen. Ja. Oh. Okay. Ich hab keine Spitzackel mehr. Hast du deine zweite nicht dabei? Ja. Dachte nicht, dass wir hier gerade so Leuchting abbauen. Die Frage ist gehen wir jetzt da runter, hier hinter geht noch ein Weg. Um kurz, der hinführen würde. Du hast gesagt, den Weg den ich dir gerade gesagt habe, da waren auch Kletterhaken, wo man wieder hochkam. Okay, hier kann man Kupfer abbauen anscheinend. Hier sieht er mich. Kann ich mir das hier markieren auf der Karte? Man kann doch Sachen markieren, oder? Was ich jetzt sage hier? Oh mein Gott. Ich dachte, ich kann mir das hier mal kennen. So, Leuchterbau, Höhle. Sehr kopffrei. Kann man auch runterjumpen. Das darf man nicht. Dann jumpen wir bei dir vorne runter. Ich habe keinen Krümel, mein Sala. Okay, ähm, wo war der bei mir? Hier, ne? Oder hier, oder hier ist die Gäste. Oh, oh. Okay, du bist schon mal unten. Ich bin hier drüben bei dem anderen Ding, ne? Sehr viel Leuchtbewuchs. Deswegen würde ich mir das gerne markieren. Ach, hier geht es weiter, Thorsten. Hier ist auf jeden Fall ein Durchgang. Vielleicht komme ich gleich zu dir. Oh. Willst du hier gelandert, Thorsten? Können. Ich sehe jetzt mal jetzt seinen Namen. Ja, du kannst hier runter. Ja, ich muss hier bis den... Bist du ein festgebackter Wolf? Ja, Stupfer 2. Jetzt auch wieder jede Menge Kupfischer. Ja, ich würde mir ja gerne die Höhle... Oh, hier ist sehr viel... Oh Gott. Oh mein Gott, ich glaube, wir sollten zusammenbleiben. Oh, hier gibt es so viel Leuchtbewuchs, ne? Hier gibt es richtige Adern. Wir sollten uns zusammenbleiben, hat sie gesagt. Und sie teilten sich auf. Hä, ich bin hier am Abgrasen. Du rinnst doch vor. War nicht wieder mich dafür verantwortlich, wenn du fordernst. Mach ich doch gar nicht. Och, machst du. Hier ist sehr viel Kupfer und ein Wolf. Wo musst du denn hin? Die Leuchtbewuchs nach, oder? Ja. Machen wir Pilzen. Nehmen wir mit. Hm, das sind diese Azur-Russler. Die brauchen wir für dieses Schleimrezept, glaube ich. Ich habe... Oh. Ein Kriegerbrustpanzer. Oh, sehr cool. Habe ich endlich mal was gefunden? Ähm, wo geht es hier hin? Das weiß ich doch nicht. Ich bin gerade hier hingelaufen. Ist das hier mal eine Kupferader? Hier ist eine Menge Kupfer. Da. Schmeiß mal eine Fackel runter. Lass mal gucken, wie tief es ist. Ich habe nur eine. Ähm, ich sehe halt den Boden nicht, ne? Auf der anderen Seite gab es auch noch einen Weg. Ich weiß nicht, wo der... Ja, lass uns mal lieber nochmal zurückgehen. Ich habe eigentlich vernünftige Klamotten. Den kann ich ja mal upgraden. Okay, das war sehr synchron gerade. Das... Das war wirklich sehr synchron. Manchmal, ne? Warst du hier oben schon? Hier ist gar nichts. Hallo. Nach links geht es auch ins Dunkle. Kupfer. Oh, wir müssen uns die Höhle irgendwie markieren, ne? Oh, hier ist eine Schatzkiste. Hier ist so viel Kupfer und Leuchtzeugs. Ich höre einen Wolf. Oh, da ist ein Wolf. Komm her! Dann komm mal nicht. Kupfer und Maus. Voll geil. Sind wir in irgendeiner Mine gelandet? So, hast du hier drunter schon geguckt? Ja. Hier hinten war nichts mehr, oder was? Nö. Nö, auch andern. Ja, dann müssen wir wohl ganz runter, oder wie? Weiß nicht. Dahin ging es weiter. Ich kam dir ja nur entgegen. Komm hier. Komm mit mir mit. Hier geht es noch lang. Hier geht es noch viel weiter. So, hier ist mir erst mal... Ah, da ist ein Boss auch. Ein Boss? Mhm. Da. Das ist so eine Pflanze, meinst du? Ja, ja. Ja, ja, meinte ich. Aber die ist ja mal mit so... Boah, wie viel Leuchtscheiße das hier gibt. Ui. Okay, wollen wir den erst mal machen? Oder ist hier überhaupt einer? Oh, Kiefer. Genau, Kiefer. Ah, warte. Weg. Bring Kiefer. Hast du? Warte mal, gibt es hier irgendwo... Hier, diese Kiefer, ne? Hier, hinten. Ich wollte gerade die Höhlen hier auseinandernehmen von denen. Vorher noch mehr kommen. Bin gleich down. Oh no. Wie du bist down? Warte. Ja. Warte. Ich bin da. Oder auch nicht. Abseht die. Okay, da oben. Ja, was ist denn das hier unter mir? Das ist doch kein Kupfer, oder? Ich habe einen Kunst von Holzbogen gefunden und ich habe eine Zaubererhose. Hier, das hier, das ist doch... Ist das nicht Erz? Oder ist das Kupfer? Ah, Kupfer, ja. Okay. Also, das ist eine Höhle mit ganz normalem Geschmack. Mit Ziel, Kupfer und viel Leucht. Leucht, die Leucht. Das finde ich gut. Oh, äh, ich liege beim Tod noch mit. Das ist sehr cool. Mechstein hatte sich letztens irgendwas markiert. Ach, hier, Markerstellen. Hier. Markerstellen. Hier. Ähm, pink. Kann ich das auch... Oh, guck. Ich habe es jetzt mal markiert. Das ist ja doch wirklich sehr cool zum Farmen. Ja, dann haben wir ja... Das müsste das... Ja. Ja. Das ist cool. Ich habe jetzt auf der Karte nichts mehr gesehen. Wenn du mich trotzdem hinterher wussten, dann auch da unten hingeht. Soll ich oben auf dich warten und du springst mal runter? Okay. Ich will hier aber erst mal... Wie ging es denn da hin? So, hier haben wir ja gebuddelt. Dann ging es... Ach, hier lang ging es, oder was? Nee. Doch. War es hier lang? Wo war denn das Loch? Oder war das hier? Nee, das nicht. Ich bin... Nee, nee, nee. Zurück. Ich bin zu tief, ne? Du musst da hingehen, wo wir gerade waren, aber vorher links ab. Hier. Ich sehe deinen Stream immer verzögert. Achso. Ich glaube, das war hier. Ja. Mit dieser langen Leuchterader war das. Ja. Hm. Was bringen die Pilze eigentlich? Oh, du hast aus tief gefallen? Erlebt es mit der Vergiftung. Dann ist der Kleider nicht aufgegangen. Jetzt hier ist wieder der Kupfer. Auf jeden Fall weit, ja. Mhm. Ach. Ja. Das ist da, wo du gerade reingehen wolltest. An dem Ende. Kommst du da raus? Hm. Hm. Ja, gut. Ja, machen wir schnell und einfach den Portman zurück, ne? Mhm. Oh, das ist gut. Das ist direkt hier bei uns, bei der... Flamme. Perfekt. So. Mensch. Sehr schön. Hallo, Sascha. Kannst du hier einfach alles reinschmeißen, oder? Ähm. Aus der unteren Kiste kannst du... Warte mal, komm ich hier irgendwie gerade vorbei. Wenn du mich mal kurz vorbeilässt. Wenn du mich mal kurz vorbeilässt. Die untere Kiste kannst du eigentlich... Ich hab dir hier, ähm... vergiftete Kupferpfeile reingelegt. Du kannst eigentlich die Sachen, die hier drinnen sind, auch alle nehmen und, äh, an die, äh... Hauptbase legen. Die hab ich erstmal nur reingepackt, weil... Ja, wenn aber ich hier schon mal... ...bisschen weiter... Weil oben hab ich hier mein... ...mein Baustuff drinnen. So, jetzt muss ich erstmal... Achso. Ja, ich würd ja schon noch ein bisschen weiter gerne absuchen. Ja, ich würd nur kurz weiter bauen. Wir müssen auf jeden Fall in Richtung Schreinerlager wieder. Boah, zwei Blöcke könnte ich da mitbauen. Das gibt's ja nicht. Alles tut hier. Nicht so stimmisch. Junge Dame. Das geht mir alles so... Achso, Thorsten, ich hab was für dich gefunden. Ähm. Ich habe gefunden... Äh, den hier. Ich weiß nicht, ob du den gut findest. Achso, hier sind auch noch Ziegel drinnen. Oh. Ups. Hier noch ein paar Ziegeldinger bauen. Meiner ist... ...weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich, ob der besser ist, ne? Ich wär besser, den mal kurz beim Schmied. Aber da kann ich ein bisschen Stuff mitnehmen, ne? Äh, ja, gerne. Wochenende und nachher Training, morgen Buffet, Geld ist da, was noch mehr. Das ist sehr schön. Mehr Geld können immer Mitte des Monats. Na. Jetzt lass mich doch in die Unterlösung hier. Voll hin. Ähm... ...wennst du keinen Schmoudet? Achso, mein Ding ist doch... Ähm, das schon. Ich glaub, Sascha hat auch schon überlegt, ob er das spielt. Ähm... Ich kann das hier wegmachen, ne? Wenn ich jetzt hier so raufgerauen hab, geht das wieder ganz, oder? Ich muss nämlich hier diesen Boden wegmachen. Geht das hier wieder ganz mit der Zeit, oder muss ich das irgendwie reparieren? Thorsten, weißt du das? Was denn? Wenn ich meinen Boden geschlagen habe? Ja, das geht wieder ganz. Okay, also ich verlier keine Haltbarkeit dadurch, ne? Okay, das muss ich. Wenn ich meinen Boden geschlagen... Bei der Bodenschläge... Irgendwo muss ich meine Aggressione auslassen. Aber wenn du das gerade machst, dann hol ich nochmal ein neues Leben. Ich hab bei so vielen Spielen schon überlegt, ob ich mitmache. Dann musst du halt auch mal mitmachen. Nicht nur immer überlegen. Na, bei Palbert hat er ja mitgemacht. Kebab-Simonate fand er auch ganz gut eigentlich. Eigentlich. Sobald Content kommt. Ja, hast grad nicht wirklich Content da, ne? Und das war jetzt bitte. Ja. Und jetzt? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018